Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy 13.2 und dem Beagle. Ähm, ich hab zwar... Ups, äh... Entschuldigung. Ich hab nur noch drei Krauts über für die Chocobus, was ein bisschen scheiße ist, weil, ähm, ich zeig euch jetzt, wie man da drankommt. Ich musste... Ich musste mir das tatsächlich erklären lassen, weil ich wusste nicht, dass ich mit den Chocobus fliegen kann. Dafür war das hier da. Und zwar, geh mir weg, geh weg. So, und dann fliegen! Und schwupp, bin ich hier drauf. Das Problem ist, wenn ich jetzt absteige und dann wieder aufsteige, dann, ähm... Oh, nee. Dann verbrauch ich ja schon wieder einen Kraut und, ähm... Gravitationsgamma. Alter. Das meine ich. Was ist das für eine Sauerei? Oh. Uh. Um hier runterzukommen. Ist nicht hier auch das Portal? Ah, eigentlich nicht, aber ich, äh... müsste bei ihr Kraut kaufen, also... Bei mir ist... Na gut. Ja, ja, kaufen. Ähm... Wo ist das Gieserkraut nochmal? Hat sie gar keins? Shit. Wir laufen zum Portal. You'll come and see me again, won't you, Choco? Aber nur, wenn du Gieserkraut verkaufst. Alter, ich hab nämlich nur noch zwei. Ja, ja. Wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen. Und es hat funktioniert. Ein bisschen doof, wenn man für jedes Absteigen danach ein neues Kraut verbrauchen muss. Ist schon ein bisschen nervisch. Und dann wechseln wir das Portal. Ich muss mal gucken, wenn das so bleibt, dass ich das Gefühl hab, dass mir das sogar kampftechnisch zu einfach ist, dann wechsle ich auch mal mal. Ich warte da jetzt noch so ein, zwei Folgen ab und dann wechsle ich. Es kann aber auch sein, dass ich mich halt einfach voll verskillt hab und mir sonst kein Gefallen tut zu wechseln. Ich weiß es halt eben noch nicht. Also ich hab gesehen, man kann, ähm, jedes, jedes Paradigma, also nicht Paradigma, jedes, ähm, jeder, äh, jede Rolle Bei einer Person bis 99 leveln. Da, ja. Warba. Was? Ist traurig, Blinker. Du meinst, du? Ja. Well? No questions? Seems to me that if I ask, you'd have a hard time trying to answer. I know what it feels like, not being able to explain how you feel. So I won't ask. Thanks, Sarah. We'll talk about it soon. Sure. Lightning, Nolan und ich bin zu Eerba. Du wirst nicht glauben, wie viel uns da passiert. Wir haben eine Propheze, die die Seerinnen der Farseers von den Farseern berichtet. Wir sahen eine junge Frau, wie Yule, wie die Seerinnen. And we met a man named Caius. The man you were fighting in my dream. I guess what worries me the most, though, is that Noel looks sad. Sadder than I've ever seen him. And there's something else, too. The strange thing that both Caius and Yule said. About the past. If you change the future, you change the past. I'm afraid of what that might mean for us. When Nolan and I solved the paradox, we changed the future. Does that mean the past of hope and the others has also changed? Federkranz in Rot. Sarahs und Knowles Handlungen haben die Geschichte verändert. Ein neuer Raumzeitdimension ist entstanden. Neu entstandene Raumzeitdimensionen sind gesondert. Cancelnete die Null in der Jahresangabe. wird mit einem X ersetzt, was das Einleuten einer neuen Ära markiert. Statt JZ-10 wird hierfür also JZ-1X angezeigt. In beiden Fällen handelt es sich um die Raumzeit zehn Jahre nach dem Sturz von Cocoon. Durch die von Sarah und Knowles vorgerufene geschichtlichen Umwälzung besitzt die Menschen in der neuen Zeit andere Erinnerungen. Sie sind Zeitzeugen einer gänzlich anderen alternativen Geschichte. Sowohl die alte als auch die neue Raumzeitdimensionen lassen. Sie müssen sich in der Chronosphäre ansteuern. Ich finde es langsam so kompliziert irgendwie. Die Summe von Yashos standen die Ruins der Farsia-City, Padre. Das war die Kapitel der Flurigende Zivilisation, gestorben in den Annals von Grand Pulse. Hier, die Young Hope Estheim ist leidiging die Akademie in einem Effort zu lernen mehr über die mysteriöse Oracle Drive. Aber diese Welt ist nicht wie die Welt der 10.A.F. die Noel und Sarah haben vorhin besitzt. Dinge haben verändert. Okay. Ich kriege hier einige Quest-Gegenstände, das weiß ich. Aber sonst? Puh. Vielleicht wird Final Fantasy 13 2 bei mir aber auch voll kurz, weil ich einfach nicht checke, wie das Spielpunkt... Ja. Lass uns mal gucken, wo wir hier sind. Ja, nur der Scheiß, wo bin ich hier? Ach, da unten bin ich. So, ich muss wohin, um was zu holen? Ich kriege direkt hier vorne eine Alt-Batterie. Ah. Bevor wir lustige Dinge tun, gehen wir noch... Hoppala. Winkel öffnen. Das ist das Kontra-Artefakt, das ist voll gelogen. Achso. Ja, ja, ist okay. Haben wir es jetzt langsam? Ja. Moment, ich muss mal irgendwas gucken. Ja, doch. Doch, doch, doch. Alles gut. Ich kann da nicht weitergehen? Frechheit. Aber hier kann ich weitergehen. Und da oben ist nämlich... Da ist ein Mensch da oben. Wie komme ich da oben hin? Wo ist denn noch da oben? Schokomolina ist nicht da. Wo komme ich noch da oben? Komm her, ich will dich platt machen. Vorrang. Wiegegen die Beomobs hätte ich nämlich zum Beispiel eigentlich noch gar keine Chance haben sollen. Aber irgendwie bin ich voll überlevelt und habe deswegen eine Chance. Ich weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe, mich zu überleveln. Ich nehme mal an, weil ich mich auf Verheerer und Dings konzentrierte... Au. Oh Gott. Jetzt sind sie so weit, dass sie ihre Entwicklung machen. Das ist schlecht, Leute. Das ist schlecht. Hat einfach gar keinen Schaden gemacht. Okay. Au. Wie war das mit... Ich bin, äh... Ich nehm alles zurück. Ich nehm alles zurück, was ich gesagt hab. Alles. Hab ich aufs Maul gekriegt. Meine Fresse. Ja. Gut, ja. Von mir aus, dann, äh... Wird ja halt weiter das gemacht, was ich denke. Bis die 99 voll sind, Leute. So sieht's aus. Bis die 99 voll sind, Leute. Bis die 99 voll sind. Und dann konzentriere ich mich erst auf eine andere Rolle. Wow. Das ist halt... Das ist halt weh, Leute. Das ist halt wirklich weh. Ich hab für das arme Tierchen gar nichts. Das ist ja unfair. 74... 73. Das ist in Ordnung. Hat das viel mehr aufs Maul ging. Wo geh ich jetzt eigentlich lang? Geh ich grad wieder zurück? Oh no. Ich hab Angst, dass jetzt der Biomoth kommt. Aber wo muss ich eigentlich hin? Dazu ist ein Portal da hinten, ne? Da ist nämlich was für mich. Du darfst wegbleiben, Biomoth. Danke. Nein! Ach so, die gehen. Also ich bin jetzt 20 Level drüber, Leute. Also, na? Denkt dran. Ich bin jetzt stärker als hier. Ich bin jetzt stärker. Ich bin jetzt stärker. Ich bin jetzt stärker als hier. Boah, der Biomoth mir aufs Maul gegeben. Aber sowas von. Der hat ja gar nicht gewartet. Der hat einfach gemacht. Es spielt sich völlig anders als 13. Aber doch hab ich das Gefühl, in 13 zu sein. Das ist ganz eigenartig zu beschreiben. Äh, jetzt hab ich schon wieder die, 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 äh, da. Hier müsste irgendwie irgendwas sein. Direkt hier. Kann ich das Mogri da rein schmeißen? Er müsste eigentlich da drin was finden. Da ist ein Chocobo. Ich hab aber nicht so viel... Das ist mein Mog. Das ist dein Mog, da hast du recht. Ist das jetzt hier richtig? Gott! Wie ich keine Orientierung hab, Leute. Wie ich einfach gar keine Orientierung hab. Obwohl ich sogar ne Karte hab. Ich weiß nicht, was mich da angreift, aber... Tschüss. Ist das jetzt richtig? Hm, nicht ganz. Irgendwo hier. In der Mitte. Komm, Mama. Kupo, kupo, kupo. Gar nichts, kupo, kupo. Geht das etwa noch nicht? Warte, wann haben wir denn da Nummer 6? Ah, das ist ein Gegner für ne Nebenaufgabe, okay. Na gut, dann geh ich da unten lang. Müssen wir eh nochmal hin. Na gut, dann geh ich hier völlig sinnbefreit hin. Aber das macht nix. Bingo, kupo? Was, Bingo, kupo? Bingo, kupo? Wo, kupo? Mache... Wo? Wow. Wow, Noel. 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 Ja, biep, biep, kupo. Kupo, biep, biep. Noel hat Probleme mit sich selbst. Wie wär's, Leute? Lassen wir ihn einfach zurück? Und gucken, dass der nächste Kampf regelt? Ja, ne? Noel. Kann ich dich irgendwie schubben? Schlagen? Boxen? Träten? Nein. Nein. Wir lassen ihn zurück. Spätestens beim nächsten Kampf müsste er dabei sein. Ne, falsch. Ich hab Noel kaputt gemacht. Hier vorne ist irgendwo... Ich hab's doch blinkern sehen. Ich hätt schwimmen können, ich hab's blinken sehen, Leute. Nicht gut, kupo. No good. Armes kupo. Das wollen wir doch eigentlich schöne Dinge sagen. Und dann... Doch, hier vorne. Kupo. Kupo. Er müsste jetzt eigentlich hoffentlich wieder da sein, oder? Ah. So kann man jemanden auch aus seinem Bug retten. Die Gegner, kein Thema, ne? Aber der Beomoth? Uh. Machst du Guttag zu Bottchens? Hey, Choco Molina, wo bist du eigentlich? Come on, come on. Oh, ich... Ich glaub, jetzt haben wir alles. Jetzt können wir auch wieder ganz dezent zurückgehen. Aber ich muss komplett wieder außenrum gehen? Nein, muss ich doch nicht. Noel hat sich von seinem Bug erholt. Ist ja immer wieder beruhigend zu sehen. Oh Gott, was greift mich denn hier an? Ähm, man weiß es nicht so genau, aber... Wär es sich an mir vorbeigewandt, hätte ich schneller gekickt. Aber okay. Die dancen immer so cool ab, diese Pödel, diese... Fassen zur Musik machen sie. Aber es ist schon... Also, ich hab schon das Gefühl, dass sie ein komplett anderes Entwicklerteam an 13.2 gehofft hat. Alleine, weil die Musik völlig anders ist. Ich frag mich auch, ob der gleiche Komponist da dran war, weil normalerweise, meiner Kenntnis nach, ihr dürft mich gerne korrigieren, macht eigentlich immer der gleiche Mensch oder der gleiche Komponist die Musik zu Final Fantasy. Wie komm ich denn noch da oben? Was greift mich hier an? Nicht, dass ich in einem Bio-Mob... Was seid ihr denn lustig? Ach, ihr seid solche Fliegeviecher. Die sehen so hübsch aus. Die sehen so anders aus. Die sind so rosa. Neko Fluris. Neko klingt aber immer, als wäre das irgendwas kaputt ist. Sorry? Entschuldige dich doch nicht dafür, dass du Talent hast, Sarah. Ich glaub, das ist ein Plan. Immer wenn ich dabei bin, ähm... Dass ich jede Rolle immer erst auf 99 machen, dann ist das... dann ist gut. So, wie komm ich nach da oben? Das ist eine sehr gute... Kupo, 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 kupo! Ich hab ihn drüber geworfen. Wie kann das sein? Wie kann ich ihn da drüber werfen? Das geht doch gar nicht. Oh, how cute, sagt sie da oben. Kupo! Hä? Wo? Wo? Also, er ist jetzt da, wo angeblich... Was ist da? Ein Fragezeichen. Kupo. Kupo? Nein. Aber wie kommt man denn dann nach da oben? Das ist eine richtig gute Frage, ne? Weil da oben ist nämlich was. Da ist ein Fragezeichen. Na egal. Ah, nein, nein. War immer noch hervorragend. Oh, nein! Too easy. Lauf ich jetzt wieder zurück? Ja. Ja. Ich wollte nicht wieder zurücklaufen. Wo ist Schokomolina? Ich muss jetzt immer gucken, ob die dieses Gieserkraut hat, damit ich auch mit Schokobus reisen kann. Oha. Ich finde, das war hervorragend. Ich bin voll in die reingerannt. In die Gaung, Gas. Stand da gerade was von Fruchtbar? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dem kleinen Taxobot echt richtig gut was habe hier. Ich wüsste auch gar nicht. Nimm mal. Ich habe ja ganz viele Paradigmen Monster verbannt. Nehmen wir mal an, ich würde den anders haben wollen. Was haben wir denn hier? Ich habe ganz viele Verheerer. Das ist ein Brecher. Das interessiert mich nicht. Als würde ich meinen süßen kleinen Heilkatze gegen mir sowas hässliches austauschen. Du bist ein Verheerer, aber du bist nur so ein Zwei-Sterne-Fiech. Ihr seid alle, äh, so ein Sterne-Fiech. Du bist ein Manipulator. Ich weiß, dass es Verheerer-Monster gibt. Das weiß ich. Äh, nicht Verheerer, ähm, Augumentor. Ich habe es ja hinten in der Liste nachgeguckt. Weißt du was? Nein, du hast es nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, es schadet nicht, dass, ähm, meine Monsties alle, ähm, hier diese, diese Katzen, die da abgebildet sind, Boller machen können. Oh, 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 oh. Welcome home. How did you... Yule? Did you come through the gate too? The one you meet was a different Yule. A Yule from the future. What? Also, du kennst dich auch nicht? Ich weiß von dir. Ich habe dich geguckt. Du kannst den Zukunft sehen, nicht wahr? Ich kann die Zeit hervorheben. Ich sehe den Zukunft und lege andere über den richtigen Weg. Ich bin hier, um etwas zu erkennen, was ich bereits weiß. Du und ich sind das gleiche. Was bedeutet das? Du kannst auch anderen den Weg zeigen. Warte! Ich verstehe das nicht! Wie sind wir das gleiche? Okay. Ich möchte aber noch die Altbatterie haben. Die habe ich nämlich immer noch nicht. Diese Yule ist komisch. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich mal kurz aussehen. Ich finde es. Wie ist es? Wie ist es? Warte! Warte! Auch, wie ist es? Warte. Warte! Ich weiß es nicht. Ich lasse mich mal kurz ausgeblendet, Leute. Ich habe das Gefühl, dass hier vielleicht... Ja. Ich muss hier jetzt da reinschmeißen. Nicht so richtig. Ist das nicht hier? Nein, das ist gar nicht hier. Hi, Choco Molina! Hier ist nichts. Ja, Entschuldigung, ich habe mich vertan. Die Sonne fühlt sich so großartig. Oh, Choco Molina! Sorry, ich habe dich nicht da gesehen. Die Frau ist wirklich seltsam. Mondfehler. Nee, den habe ich hier. Akzessor. Silberarmreif. Ich brauche aber das Gießerkraut, Mann. Gieß es. Halt dein Scheiß. Thank you for shopping here on this bright and sunny day. On this bright and sunny day. I think it's time to hit the beach, don't you? Ja, ja. Ist okay. Also zumindest kriegen wir hier keine herzlichen Grüße. Irgendwo hier muss das sein, Leute. Irgendwo hier. Nee, irgendwo hier. Knapp, ne? Woher fährt er in die Richtung? Findet er was? Ich habe ihn völlig falsch geworfen, Leute. Oh, da. Da, 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 da. Ich sehe es. Wann mache ich das denn? Nicht ich dagegen so abknalle. Reicht das? Oder? Habe ich dann jetzt hier voll... Er findet es nicht, obwohl es direkt daneben ist? Willst du mich verarschen? Oh, wo habe ich ihn jetzt hingeschmissen? Wo habe ich ihn jetzt hingeschmissen? Hängt er jetzt da oben, oder was? Schafft er es jetzt, oder? Ja, er schafft es. Oh mein Gott. Ich liebe es, dass die Leute hier alle so rennen und sagen, ah, wie geil, guckst du es? Okay. Okay, ich habe euch... Ich blende mich jetzt wieder ein, das ist mir zu doof. Ähm, da sind drei Fragezeichen auf dem... Die Frage ist, sind die Fragezeichen alle mitgerannt? Wegen dem Mogri. No one knows it. No one knows it. Oh, das ist schlecht, Kumpel. Wo ist er eigentlich? Oh, wo muss ich... Ach, da oben muss ich hin. Stimmt alles nach dem Gespräch mit ihm. Oh no, did I miss the excitement again? I don't know. Director, who are you waiting for? I don't know. But I think they'll be here soon. The Triad? In a world where the paradox was solved, the eclipse never darkened the sky in the first place. No one remembered that Nolan and I had been here. But even so... Hope is ja auch ein schlaues Köpfchen. 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 It is lightning. This is a recording of the future. We're unable to identify the location or circumstances. There is one thing we're sure about, Nolan. And remember, we don't know what era this is. Lightning is alive in that place. In my memory, Lightning disappeared after the battle with Orphan. But she's living somewhere in the future. So it's not just a dream, is it? She's out there. Then I'm going to find her. Köpfchen, köpfchen? And you will find her, Sarah. After all, you travel through time and found me. Many years of research have finally borne fruit. It all began with the Oracle Drive. We excavated it from ruins many centuries old. Yet it recorded an image of Cocoon, supported on a pillar of crystal. It marked an chase, but she's not. It was an impossibility, an enigma. Impossible, but a reality nonetheless. This is when I learned what I must do. If it was possible to journey through time and look into the future, then it must also be possible to travel backwards and change the past. Right. I wanted to change history. Make things better, not just bring lightning back, but Vanille and Fang and my mother. So that's what your research was about. Hoopoo? Chasing the impossible, you might say. But you've made me realize something. It's clear to me now we are not the only ones who are intervening in history. Oh? The past has already been changed. Sarah, you are the only one who remembers a time when lightning survived the fall of Cocoon. Cocoon? Director! Victor! 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 Caius! Victor! What happened? Did the prophecy get rewritten? Not necessarily rewritten. It could be the original prophecy restored as it once was. Perhaps a continuation of the first recording. If this is showing us the future, then someday Cocoon will fall. Noll, du sagst mir in deinem Zeitpunkt, Cocoon nicht existiert wie es jetzt ist. Ja, es kam auf den Boden lange bevor ich bin. Nachdem es kam, der ganze Welt einfach ausging. Aber wer hat es geschafft? Kann es sein, Caius? Nein, es kann nicht so sein. Wann ist Cocoon supposed zu fallen? Wie viele Jahre? Ist es bald? Nein, nicht für ein paar Jahre. Das ist ein lange Zeit von jetzt. Oh Gott, ich kotze mich so an. Und du hast sogar eine Gathe, um dich dort zu fahren? Well, wir... Es ist nicht notwendig, um zu fahren zu diesem bestimmten Zeitpunkt und Ort zu fahren. Wie so? Der Zukunft depends auf was wir jetzt machen, richtig? Ja, es gibt eine Chance, dass Cocoon fallen wird. Aber wir können jetzt arbeiten arbeiten, um es zu verhindern. Genau. Aber was wenn du nicht, Hope? Wir können zumindest arbeiten, um zu verhindern. Wenn wir unsere Forschung jetzt beginnen, haben wir Zeit. Dann, ob die Cocoon indeed fallen, können wir helfen, um den Planeten zu schützen. Wir können helfen, um den Planeten zu verhindern. Let's do es. Wir können versuchen, Dinge zu lösen auf der anderen Seite, in der Zukunft. In der Zukunft. Ja, wir ändern die Zukunft. Wenn Sie die Zukunft ändern... 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 ... Sie ändern die Vergangenheit... ... Sie ändern die Vergangenheit. Es ist nichts. Hope, danke für die Hilfe. Die Zeit wird uns verbrechen, aber wir haben einen gemeinsamen Ziel. Hope dreamed of changing die Vergangenheit. Wenn Sie die Vergangenheit ändern, um die Vergangenheit zu schaffen, um die Vergangenheit zu bewirken. Das ist eine Vergangenheit. Muss man sich nicht an seine Vergangenheit erinnern und daran glauben, um Veränderungen bewirken zu können, oder sehe ich das jetzt einfach... Also, ich finde Vergangenheit ist wichtig, denn nur so kann man sich, naja, in der Zukunft entwickeln. Ups. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, es geht schon lange nicht mehr darum. Ich wollte mich aber eigentlich... im Klub. Nein. Oh, Kubu-Kubu ganz enttäuscht. Wo denn hier? Kubu hier müsste eigentlich ein ähm... Ich geh mal kurz nach da oben. Ich geh gleich wieder zurück, aber irgendwo hier müsste... eigentlich ein äh... äh... ein äh... ein äh... ein äh... ein äh... ein mysteriöses Artifakt. Gut. Aber nicht da oben, ne? Nicht... nicht da oben, oder? I'm not sure it all. Ich geh trotzdem erstmal noch da unten. Es ist alles so verwirrt. Passiert. Außerdem hab ich ja eh wieder, äh... überzogen, hört mal auf. Und das ist warum sie mir die Möglichkeit hat, zu gehen durch Zeit und kontrollieren Monster. Sie war nicht able, zu tun, zu tun, zu tun. Also, sie kam zu derjenige Person, die sie mehr als jeder. Ja. Es ist möglich. Aber die Idee gibt noch mehr Fragen. Was müssen wir damit finden, zu lösen die Paradoxe? Ja, das ist... Oh ja. Ja, das ist... Das sagt er jetzt einfach so. Aber ob das wahr ist? Was macht das Mogri da eigentlich? No one knows it. Also irgendwo hier müsste eigentlich auch eine... eine Schatzdingster-Boomster sein, die ich nur mit Mogri finden kann. Hm. Egal. Ich möchte auf jeden Fall erstmal nach da unten wieder zurück. Wer bist du? Okay, du bist nicht wichtig. Ihr Lieben, ich mache dann jetzt hier einen Cut rein. Wir gucken uns das nächste Mal hier unten um. Weil, wie gesagt, hier kann man noch Sachen finden. Und ich glaube, man kann hier Nebenquesten finden. Schauen wir uns an. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein. Dann. Dann.